So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, wieder bei dem nächsten Part des Minecraft Let's Shows, meiner bisherigen Erfolge, meiner Kreation und meiner ganzen schönen Sachen. Ich habe hier viele Dinge gebaut, die ich auch in einer anderen Welt gezeigt habe, auf die ich später zu sprechen komme, aber vorher machen wir jetzt mal weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir waren in diesem Teil, das habe ich irgendwann mal gebaut, als ich Langeweile habe, das ist einfach nur ein leuchtender Boden, da können wir auch direkt wieder raus spazieren. Ähm, jetzt kommen wir zum nächsten großen Highlight dieser Map, neben den Taschenrechnern, dem Fahrstuhl, gibt es, und neben dem viel Gewinn, gibt es natürlich dieses bombastisch geile Tic-Tac-Toe und dafür machen wir ihn doch nochmal gleich Nacht, weil man sieht es dann bei diesem Texturen-Package doch bei Nacht besser. Time Set 10.000, glaube ich, war Nacht. Ah, fuck, da war eine 0 zu viel, Slash. Time Set 1, 2, 3. Ach, ich kriege es gerade nicht hin. Option Musik. Äh, ne, das war falsch. Musik 0. So, damit das nicht zwischen meine Musik funkt, weil die hört ihr ja auch gerade. Ganz entspannte Spielmusik. Für Minecraft halt. Ähm, ich, äh, Slash Time Set 500. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man Nacht macht. Vielleicht wurde das geändert. Früher war das eben ziemlich komisch. Komisch. Hm. Egal. Äh, da kacken wir jetzt mal drauf. Ähm, da war eben dieses schöne Tic-Tac-Toe-Feld, was wirklich noch ausbaufähig ist, aber ich glaube, das ist auch einer meiner Videos mit den meisten Klicks. Ähm. Man kann hier eben auf eine der Felder drücken und zum Beispiel jetzt mal die Mitte machen. Dann ist das eben Kreuz und dann seht ihr das. Ich weiß nicht, ob das so gut erkennbar ist. Da, doch. Man kann es relativ gut erkennen. Ihr müsst vielleicht jetzt ins Vollbild schalten, damit ihr das gut seht. Und auf dem Handy wird es wirklich sehr schwer, aber scheißen wir einfach mal drauf. Und dann könnt ihr eben eine ganze Partie spielen. Äh, Kreis unten links habe ich glaube ich gerade gemacht. Ja, da ist es auch schon. Das ist auch ein Teil, das man wieder wirklich geil auf den Server einbauen kann. Also, wenn ihr das mal irgendwie machen wollt, dann machen wir einmal den Reset. So. Das dauert ein bisschen, weil da ist ganz schön viel Retson verbaut. Das heißt, da sind immer ganz viele Repeater drin, was da Verzögerungen macht, damit es weitergeht. Äh, ich kann es euch auch nochmal zeigen, auf ganz schnell. Äh, die äußere Linie ist der Reset. Das hier sind die Stream. Das sind die Speicher. Die habe ich auch da hinten schon im letzten Part gezeigt. Also, falls ihr den letzten Part geguckt habt, das findet ihr hier. Ich mache hier eine kleine Playlist. Oder mache ich eine kleine Playlist. Ne, ich verlinke hier einfach den letzten Part einfach. Von der ersten Lettsshow-Folge. Da habe ich schon Sachen wie den Fahrstuhl und ein bisschen was vom Tic-Tac-Toe gezeigt. Also ein paar Sachen. Und dann seht ihr hier eben die Sachen, die eingespeichert wurden. Die Signale. Und die werden jetzt immer zugeordnet. Und dann steht eben blau für, ich weiß nicht genau, was für was stand. Aber ich glaube, rot ist für kreuz und blau für, äh, Kreis. Habe ich, glaube ich, ja auch so mit den Tafeln gemacht da später. Beim Bedienfeld. Äh, ja, rot ist definitiv kreuz. Und dann ist eben, vier, diese Strieme führt eben einmal hier unten längs. So, so, so. Immer weiter. Upsala. Hier immer rum. Das ist wirklich sehr kompliziert. Äh, so. Und das sind eben immer Dreierfelder. Das sind immer 1, 2, 3. Das sind die unteren drei. 1, 2, 3. Daneben sind die mittleren drei. Und 1, 2, 3 ganz außen rechts. Sind dann eben die oberen drei. Und dann sind die hier eben so untereinander geschichtet. Und das mit dem, wie was rauskommt von der Verkabelung mit Kreuz und Kreis. Das war wirklich sehr kompliziert. Das ist eine ganz eigene Kreation von mir. Die habe ich wirklich ganz alleine gebaut. Und das war wirklich eine sehr komplizierte Angelegenheit, wie ihr bestimmt sehen könnt. Und das war nicht ganz so leicht, das so zu machen, damit sich nichts verbindet an Redstone. Was auch übrigens eine sehr geile Entdeckung wäre. Oder was heißt Entdeckung? Eine sehr geile Anmerkung für die Minecraft-Entwickler. Ich glaube, keiner sieht das hier. Aber dass man einstellen kann oder festlegen kann, in welche Richtung das Redstone zeigt. Selbst wenn wir es nebeneinander bauen, dass es sich nicht verbindet. Das wäre ziemlich geil. Weil dann könnte man um einiges Platz spannen. Ich musste jetzt immer damals in meinen Mittelteil lassen, damit die sich nicht verbinden. Und das musste ich eben überall machen und auch hier. Und wenn man es einfach einstellen könnte, wo es hinzeigen sollte, dann wäre alles so viel leichter. Das ist eine Neuerung, die vielen Redstone-Künstlern helfen würde. Und ja, hier wird auch bald ein Video folgen. Eine kleine Erweiterung, weil ich wollte es so einstellen. Weil gerade geht es noch, dass man hier beides in der Mitte drückt. So. Und hier, dass beides angezeigt wird. Und das geht beim echten Tic-Tac-Town natürlich nicht. Und das werde ich bald mal fixen. Und du bist jetzt hier wieder, upsala, rather clear. Wechsle zu schönem Wetter. Geht doch. Und dieses X mit einem Kreis in der Mitte sollte natürlich nicht sein. Deswegen werde ich das bald in einem Video mal fixen. Ich habe auch schon eine Idee, wie das gehen wird. Das ist relativ simpel. Es sind nur eben wieder ziemlich viele Redstone-Verbindungen, die man neu machen muss. Wobei es natürlich sein könnte, dass es mit dem Timing ja nicht mehr stimmt. Das heißt, man muss sich immer so sagen, wir fünf Sekunden Zeit lassen, bis der nächste dran ist. Also man kann nicht direkt machen. Man muss immer warten, bis es erschienen ist. Das ist so die Wartezeit. Die beträgt immer so zwei Sekunden circa. Können wir mal beim Reset gucken. So. Eins. Zwei. Drei. So. Da war alles weg. Kreis ist immer ein bisschen schneller. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ähm. Und ja. Soweit zum Tick-Tack-Tor-Feld. Wie schon gesagt, da kommt dann bald was Neues. Äh. Diese Teile, die habe ich nie in einem Video gezeigt. Diese drei Häuser hier. Die hatte ich mal aus langer Weile gebaut. Wobei ich denke, die beiden sehen schon ziemlich geil aus vom Style her. Die habe ich dann mal einfach gebaut, um mir zu gucken, was für Häuser ich so, Häuserarten ich so bauen kann. Äh. Hier sehr geil mit dem Boden. Und da geht es dann eben hoch. Das ist eben alles ziemlich simpel gehalten. Aber das sind ja auch keine Inhalts-Ausrichtungs-Kunstwerke, sondern eben nur von außen. Und hier ganz oben ist noch das Bett. Wirklich sehr, sehr schön geworden eigentlich. Die habe ich nie gezeigt. Ihr seht die gerade zum ersten Mal, glaube ich. Wo es könnte natürlich auch sein, dass ich die irgendwann doch mal nebenbei gezeigt habe. Und hier auch ein sehr geiles Haus. Zumindest von außen. Guckt euch das mal an. Diese Form. Also für meine damaligen Verhältnisse, da war ich noch 14 Jahre alt war ich da. Aber das war, na komm, das ist übertrieben. 15, 16. Ich bin jetzt 17, Leute. Hier auch sehr geil gemacht. Hier mit dem Pool unter drin. Mit diesem Eingang. Ich bin immer noch fasziniert von meiner architektonischen Meisterleistung. Weil das sieht schon wirklich geil aus. Ja. Und dann gehen wir mal ins nächste Haus. Hoppala. Der zweite Part hier ist ein bisschen simpler. Aber gleich gehen wir in die nächste Welt. Und dann kommen wieder ein paar Sachen. Weil ich hatte zwei Redstone-Welten. Und das ist eben die neuere, die etwas kompliziertere. Wir können auch gleich nochmal schnell durchs Schloss durchsausen. Das ist hier jetzt mehr wirklich nur eine Let's Show-Folge. In der letzten habe ich ja noch ein bisschen erklärt, wie was funktioniert. Zum Beispiel der Taschenrechner mit dem Binärsystem. Mit dem Speicher. Mit dem RAM. Oh Gott. Äh. ROM. Mit der ROM. Tut mir leid. RAM ist ja was anderes. Read-Only-Memory. Für die, die es interessiert. Warum gehe ich hier jetzt wieder rein? Aha. Gott. Ey. Und die Musik passt gerade gar nicht. Die kann ich aber auch irgendwie nicht wirklich neu machen. Und ja. Das. Von dieser Welt war es das eigentlich, glaube ich, im Groben. Ich kann nochmal ganz kurz einmal rumfliegen, damit ich das wirklich nicht übersehe. Hm. Ich gehe da gleich nochmal rein für euch. Ihr werdet euch glauben, das ist ganz schön. Das ist ganz schön. Äh. Die Sachen zeige ich später. Ne. Ich gehe da jetzt nochmal rein. Ich habe ja letztes Mal nicht wirklich gezeigt, was da drin ist. Ich habe ja nur einmal, habe da gestartet und nichts gemacht. Das sollte eben eine verfallene Burgruine darstellen, die mir doch relativ gut gelungen ist, finde ich. Das war damals aber relativ schnell gebaut und schlampig. Das heißt, die da hier, äh, Detailverliebtheit hatte ich hier nicht am Start gelegt. Äh. Wobei ich das nochmal machen könnte. Irgendwie verfeinern. Hier eben eine supergeile, riesige Bibliothek. Hier habe ich mir wirklich Mühe gegeben mit der Bibliothek, damit die einigermaßen individuell aussieht und nicht überall nur einfach Regal rein, wie es hier zum Beispiel ist. Dass es nicht überall einfach so ist, sondern hier mal die Bänke zum Lesen. Hier der Mittelraum mit dem kreisrunden Teil. Hier dann die Bänke. Ist mir ganz gut gelungen, finde ich die Bibli... Boah, ich kann das nicht aussprechen. Bibliothek. Bibliothek? Egal. Hier eben viele leere Räume, die ich nicht innen eingerichtet habe, weil einfach viel zu viel Platz ist. Äh, warum hier eine Schneise ist? Das werde ich euch jetzt zeigen, weil hier kommt ein Lava-Vorhang. Den kann ich einmal kurz auslösen, damit ihr auch seht, wie es ursprünglich aussieht, weil normalerweise ist dieser Lava-Vorhang immer an. Äh, wo hatte ich den denn? Ach, den hatte ich hier irgendwo hingebaut. Ich glaube, hier, ach, da ist er ja. Boah, das ist alles so lang her. Das sind wirklich die allerersten Anfänge von mir. Hier eine sehr schöne Decke, wobei das eigentlich gar keinen richtigen Sinn hatte. Das war eigentlich nur woanders der Boden. Und eben durch diese Lava-Wand sind das hier auch einzelne Räume. Hier, die Teile, weil vorhin war das ja mit der Bibliothek verbunden. Jetzt ist das einfach nur eine Lava-Wand. Hier geht es dann zur nächsten Tür, äh, zum nächsten Raum. Das sind eben so Kleinigkeiten, die ich dann eben da gebaut hatte. Das war alles Offscreen. Das habe ich nicht wirklich in einem Let's Play gebaut oder in einem Let's Show, sondern einfach so. Da hatte ich hier, damals waren die Dschungelbäume neu. Da habe ich die einfach mal ausprobiert, so als kleinen Garten. Äh, da geht es hier hoch. Eine Terrasse, eine schöne. Ey, die Musik passt gar nicht, ne? Heute, in diesem Part passt sie nicht so wirklich. Ähm, ein paar Türme. Und hier das Einzige, was ich wirklich innen ausgerichtet habe, war, wartet. Hier, diese Etage. Da kam, wie kam man hier eigentlich hoch? Ah, hier durch die Treppen. Hier kam man hoch, durch diese Eingangshalle. Ähm, dass man eben hier in die zwei Räume kann. Hier ein kleines Bett, ein bisschen Wasser zum... Ey, wartet mal, die Musik, ne? Kann ich die hier weitermachen? Ja? Ist das das nächste Lied? Ich höre nichts. Ah doch, gut. Äh, weil ich kann ja auch meine Tastatur auch weitermachen. Und hier eben eingestürzte Ruinen. Wie schon gesagt, das ist alles sehr alt. Warum dann noch die Fackeln brennen, ist natürlich nicht wirklich realistisch. Aber, seien wir mal ehrlich, Minecraft ist generell nicht realistisch. Bis auf die paar Sachen, die man mit Breadstorm wirklich gut nachmachen kann. Und hier ist eben der Boden. Das hatten wir eben von unten gesehen. Äh, ich weiß gar nicht, wie es in einem anderen Raum aussieht. Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist... Ach, auch nicht eingerichtet. Das ist ja toll. Hallo? Ist hier jemand so? Ähm, nö. Und das war es auch soweit von dieser Welt. Äh, ich glaube, ich mache den Party jetzt diesmal noch ein bisschen länger, damit wir zusammen jetzt mal rausgehen aus dieser Welt. Äh, Einzelspieler. Und dann seht ihr auch schon Redstone alt. War es die alte, die es so... Die andere war? Ja. Und hier sind wir jetzt bei meinem allerersten Video auf meinem Kanal. Ich hatte eine Scheißstimme. Mein Mikro war noch nicht richtig eingestellt. Ich hatte ein Scheiß-Texturen-Package mit Bugs drin. Äh, wirklich ziemlich nubig. Habe ich auch schon mein erstes Hate-Kommentar kassiert. Aber auch meinen ersten Abonnenten durch dieses Video. Äh, den kann ich auch noch vom Namen her benennen. Mache ich jetzt aber nicht. Das werde ich dann irgendwann mal machen. Ähm, ja. Bis auf, dass hier jetzt gerade keine Melonen wachsen, ist die eben sehr... Die ganz normale Melonen-Maschine, die kennt auch jeder. Die hatte ich damals eben gebaut. Hm, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass da welche wachsen? Äh, wir kommen später nochmal wieder. Da werdet ihr eben meine allererste richtige Sache, meine erste Melonen-Maschine, meine erste Redstone-Konstruktion auf diesem Kanal hier sehen. Ähm, so lange gehen wir erstmal zu einem anderen sehr geilen Teil. Ähm, und nachdem muss ich auch schon wieder einen neuen Part anfangen, weil ich kann die nicht ganz so lang machen. Weil, sind wir mal ehrlich, ein paar kurze Parts machen es auch. Die sind jetzt immer 10 bis 15 Minuten lang, mache ich die. Ähm, ja. Das habe ich schon erneuert. Das war auch stehen geblieben. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Aber Redstone bleibt nach einer Zeit irgendwie einfach stehen. Ähm, ganz simpel. Das ist ein Item-Aufzug. Ihr schmeißt hier beliebig viele Items in den Wasserschlot. Also wenn ihr eine Mob-Farm habt und die Items weiter nach oben gemacht habt. Dieser Aufzug ist aus dem LP von Debitur-LP. Den hatte ich aber hier auch nochmal verbessert, den Aufzug. Also nicht wundern. Ähm, der wartet. Ich muss nochmal ein paar mehr reinwerfen, damit ihr seht, dass es auch funktioniert, wenn das für ihn hier ankommt und es durchgehend in Betrieb ist. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ne vorhin hat es funktioniert warte mal vielleicht geht es auch nur wenn man es ausmacht ich weiß nicht genau wie das damals war so Melonen funktionieren anscheinend nicht aber ich habe auch schon andere Sachen damit transportiert äh hier tack muss man mal gucken welche Drops funktionieren auf jeden Fall würde funktionieren wenn man hier noch Cleanstone hin macht tack 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 hä sonst funktioniert das immer hm komisch auf jeden Fall wenn du Cleanstone vor die Pistons packt funktioniert das auf jeden Fall das heißt dann packt es nicht durch ähm die ist ein bisschen älter die Konstruktion damals hat die auf jeden Fall einwandfrei funktioniert das seht ihr auch in dem Video vielleicht muss man auch die Timing ah jetzt 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 hey da war es doch gerade komisch naja wie auch immer ich würde sagen das war es von diesem Part der war jetzt ein bisschen länger aber dafür auch nicht ganz so viel Technik sondern ein bisschen mehr Let's Show ich hoffe euch hat der auch gefallen ne Leute keine Ahnung was ihr mit dem Video machen wollt schreibt mir ein nettes Kommentar wie ihr die Sachen bis jetzt findet ob ihr die schon kanntet ob ihr schon so lange dabei seid und wir sehen uns dann mit dem Rest dieser Welt im letzten finally dritten Part dann wieder bis dann tschüss euer Baudemeppi und wir sehen uns dann